Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni. Und wir haben beim letzten Mal gemerkt, dass eine Katze die Lotterie gewonnen hat. Und diese Katze befindet sich nun in unserem Haushalt. Nur, ich habe jetzt eine Idee gehabt, wie ich das mit dem Geld löse, weil ich möchte natürlich jetzt nicht die kompletten 1.000.000 Simoleons, die man bekommt, hier bekommen. Ähm, deswegen habe ich einfach hier die Katzenmöbel davon gekauft und mein Geld dann wieder auf 1.500 runtergestuft. Wovor natürlich das hier noch runtergeht dann am Ende. Und ich glaube, wir haben noch Miete bezahlt, also halt hier bekommen. Miete bezahlen? Die Miete ist noch nicht fällig, okay. Weil ich hatte halt eben die Nachricht bekommen, dass halt die Miete fällig gewesen wäre. Ähm, aber scheint jetzt ja nicht so zu sein, beziehungsweise noch nicht. Ähm, ja auf jeden Fall, das geht noch runter und wir müssen anscheinend zum Tierarzt. Deswegen machen wir das dann am besten gleich auch. Und ich hoffe, dass das jetzt gerade nicht allzu sehr leckt, weil es mir die ganze Zeit anzeigt, dass es irgendwie Probleme gibt. Ähm, ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Weil sonst ist es ein bisschen doof. Auf jeden Fall, ja, haben wir jetzt Bürgermeister Schnurhaar in unserem Leben. Und ich freue mich. Hallo, nein. Bitte nicht. Kann ich ihm sagen? Nein, nein. Nein, nein, nicht da drauf. Wieso kann ich ihm nicht sagen, dass er da nicht drauf darf? Hallo? Oh, ich fühle mich... Nein. Dann nicht. Dann lernen wir den halt nichts. Es ist okay anscheinend. So. Jetzt machen wir dein Essen fertig, bitte. Oh, jetzt muss ich auch arbeiten. Gut, dann müssen wir halt erst später dahin. Oh Gott, das wird eine lange Nacht auf jeden Fall. Ah, er schläft erst mal. Gut. Wir gehen aber gleich zur Tierklinik dann in Ruhe. Aber ja. Hier sieht jetzt auch was gegessen, das ist gut. Gehaltserhöhung, nice. Alter, 1300. Boah. Wir hätten diesen Lotto-Gewinn auch einfach gar nicht gebraucht, ey. Ist ja fast genauso viel. Nein, aber es ist trotzdem schon viel, so. Deswegen, ja. Ich hoffe, dass das okay so für euch ist. Aber ich meine, ich habe jetzt ja nicht den krassesten Vorteil dadurch gehabt. Ähm, deswegen akzeptiere ich das jetzt so. So, wir müssen einmal zur Tierklinik, bitte. Ich habe nur die halt, die vom Spiel selber ausplatziert ist, ne. Also ich habe jetzt leider nichts Cooles platziert gehabt, weil ich da gar nicht mehr dran gedacht habe. Und dann war die Aufnahme auch schon gestartet und dann hatte ich schon gar keine Chance mehr dafür. Dazu, da, da, whatever. Ihr wisst schon, was ich meine, okay. Ähm, ja. Ich habe schon ein paar Stunden heute Sims gespielt. Das war mal wieder ein bisschen fällig, ne. Also ich brauchte das einfach, weil meine private Family, ich liebe die einfach so, ne. Ich liebe die so. Ich muss euch irgendwann mal den Stammbaum zeigen. Der ist so cool einfach. Ich hatte, glaube ich, noch nie so einen großen Stammbaum und euch lieb's. Ja, aber das werde ich euch auf jeden Fall irgendwann noch zeigen. Vielleicht, wenn ich irgendwann das als beendet, in Erfüllungszeichen, deklariere. Oder halt noch ein bisschen was dazu kam. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie das da bei mir persönlich noch weitergeht. Ähm, kann man das bitte aufhören, mir die ganze Zeit zu sagen, dass das hier überlastet ist? Weil, eigentlich dürfte das nicht sein. Das verwirrt mich. Bitte, ich möchte mich einmal anmelden. Nicht zur Kastration, bitte einfach nur, weil er krank ist. Er muss jetzt nicht unbedingt kastriert werden, denke ich. Weil, ich meine, keine Ahnung, soll er halt Kinder zeugen, ist mir doch egal. Man kennt's. Weil, ich meine, ich, also, es interessiert mich ja nicht. Ist ja, ich hab ja einen Kater. Ne? Da hat er doch durch die Gegend streunern und halt mit anderen Liebe machen. Man kennt's. Es ist schon okay, ja. Sie in ihrer Arbeitskleidung noch. Kannst du dich mal bitte kurz umziehen? Das ist bitte wichtig. Danke. Oho. Wo ist Bürgermeister? Da hinten. Wird ja jetzt reingeholt schon. Sieht so aus, ne? Ja, von Faye Willett. Juhu. Cool, okay. La 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 la. Sind wir bestimmt in dem Raum. Deswegen gehen wir da einfach schon mal hin. Ja. Wir werden eh die teure Behandlung nehmen. Weil, ich meine, erstens haben wir das Geld dazu. Zweitens, ähm, wollen wir dem Bürgermeister ja hier zeigen, dass wir ihn wirklich lieb haben. Und nicht einfach nur so adoptiert haben. Weil, I mean, na. Na. Also, ja. Also, es ist besser, als wenn ich dem jetzt irgendwie nur einen Trichter geben würde oder so. Also, das wäre schon ein bisschen behindert, ey. Dass dieses Geräusch immer so laut sein muss, ne? Können wir darüber reden? Ich finde es schrecklich, einfach nur. So, ich hätte gern die, ähm, teure. Ja. So, 750 ist halt auch okay eigentlich. Würde ich behaupten. So. Dankeschön. Auf nach Hause. So, ein braver Kater. Das ging sehr schnell. So, ich finde es aber scheiße, dass da nicht diagnostiziert wird, was das genau war. Weil, wenn man selber ja, ähm, spielt, also mit der, ähm, Tierklinik, dann wird einem ja immer, also, wenn man die dann untersucht, dann wird einem ja gesagt, ja, das hat dann, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie die ganzen Krankheiten heißen, aber es wird einem ja dann gesagt, was das Tier dann hatte. Und das finde ich irgendwie viel interessanter. Also, also, also ich, also ich meine auch sinnvoller. Also ich meine, du willst ja als Besitzer auch wissen, was mit deinem Tier jetzt abging, ne? Und das passiert einfach nicht. So, dann kann sie in Ruhe pennen gehen. So. Ich habe mal gesprochen. Hallo? Stopp. Stopp. Stopp, 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 stopp. Überkratzen belehren. Das geht zu weit. Also auf die Theken meinetwegen. Aber mein Sofa doch nicht. Klatsch, klatsch. Und sie so, äh, also er, äh, was ist das? Stehe ich nicht. Oh Mann, ey. Aber naja. Mach Haier. Du darfst Haier machen. Wer ist? Auch da drin. Das geht ja, glaube ich, auch, dass die da drin Haier machen. Das ist auch richtig süß. I mean, also es ist ja auch quasi dafür, also die chillen auf jeden Fall. Also im echten Leben auf jeden Fall drin. Deswegen, warum mich darin pennen? So. We are back again. Oh, scheiße. Das habe ich wieder schon komplett vergessen in meinem Leben. Bitte immer aufräumen, weil man das ja einfach so da reinziehen kann. Da ist auch noch verdorbenes Essen. Super. Oh Mann, ey. Was machen wir denn? Wir machen Eier und Toast. Da bin ich dabei. Und er saß jetzt die ganze Nacht einfach nur da rum und dachte sich so, yo, ich gucke nach links und nach rechts. Ich bin Bürgermeister Schnurhaar. Krasses Leben, was du da führst. Oh, wow. So, mal gucken. Wir können uns ja gleich dann, oh, stimmt. Also ich wollte gerade sagen, wir können uns ja dann gleich um ihn kümmern, aber ich glaube, wir müssen jetzt erst mal zur, zur, zur zur Uni. Da können wir vorher auch, glaube ich, nichts mehr essen. Also, warte, wann beginnt denn das? Okay, warte. Wir können uns zumindest eine Kleinigkeit holen. Hier. Schleule Mahlzeit essen und dann Apfelmus oder so. Damit man wenigstens irgendwas im Magen hat. Kennt ihr das? Eine Zeit lang, als ich in der Tagesklinik war, da wurde ich gezwungen, wegen meinen Medikamenten, dass ich halt dann morgens zumindest irgendeine Kleinigkeit esse. Dann habe ich entweder so ein, so ein Mini-Brownie gegessen, so ein, so ein Fertigding. Oder halt, ähm, so Kinder-Country oder so ein Scheiß. Also, also, irgendwie war es schon ganz gut, so halt in den Tag zu starten, auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, aber, ja. Können wir darüber reden, dass er, also, was ist mit ihm? Er liegt da so, weißt du, also, ich denke mir so, er hat hier ein schönes Kissen, er könnte sich theoretisch aufs Bett legen und, ähm, auch hier könnte er schlafen, meinetwegen auf dem Sofa und er sucht sich das, diesem Ort aus. Was ist das? Was ist dieses Spiel? Was da? Oh Mann, ey. So. Wir kommen auch schön rechtzeitig zum Kurs, das freut mich sehr. Oh yes. So, let's go. Danach ist dann ja direkt die nächste und dann, danach können wir uns vielleicht um Bürgermeister Schnurhaar kümmern, weil dann ist Wochenende und da können wir dann auf jeden Fall genug Zeit darum, unsere Hausarbeiten zu machen. Ja. Das sollte auf jeden Fall funktionieren im Leben. Ich liebe es, dass er redselig ist. Also, ich finde das so süß, dass sie dann singen können. Also, auch auf Kommando halt und so, oh, das ist so cute einfach. So, er ist schon erwachsen tatsächlich. Okay. Oh, er geht zum ersten Mal kacken. Cool. I love it. Aber ich habe extra das zugehofft, weil ich meine, wenn man ja schon diesen Lottogewinn hatte, dann kann man das auch schon mal sicher gönnen, ne? Aber ja. Auf jeden Fall, ich hatte jetzt ja keinen Vorteil durch den Lottogewinn, deswegen, also ich wollte jetzt auch nicht so einen krassen Vorteil haben. Ich wollte halt zum einen eine Katze wirklich haben, ein Haustier, da habe ich schon länger mit dem Gedanken gespielt, dass sie sich halt ein Haustier zulegt und das war jetzt halt einfach ein lustiger Zufall, dass das jetzt halt passiert ist. So, und ich würde gerne, dass du mit einem Laserpointer spielst, weil ich denke, du hast dabei dann auch Spaß und Spaß bereuchtest du sogar. Vor allem, sie geht immer in dem Aufzug dann los, ne? Zur Uni, das ergibt gar keinen Sinn. So, habt euch mal lieb. Oh mein Gott. Ich, ich wollte gerade sagen, was, was passiert denn da jetzt schon wieder? Man kennt es auf jeden Fall. Dieses Spiel ist verrückt, sehr verrückt, manchmal. So, er rennt im Kreis, same. So, dann kann sie ja vielleicht doch, warte, wann muss ich heute arbeiten? Ja, ne? In fünf Stunden aber erst. Okay, dann kann sie schon nochmal eine Hausarbeit hier schon mal bearbeiten. Dann müsste das ja eigentlich, warte, ist das dann jetzt die letzte? Eins, zwei, drei. Ja, dann müsste das auch die Abschlussprüfung sein jeweils. Oh fuck, Alter, wir sind bald durch. Oh mein Gott. Ich bin noch nicht bereit. Oh man, oh man, oh man, oh man. Ich bin wirklich nicht bereit, okay? ich meine, es begleitet uns jetzt ja schon eine Weile. Also noch unbereiteter werde ich wahrscheinlich sein, wenn irgendwann die Baby-Challenge abgeschlossen ist. Boah, das wird schrecklich. Da werde ich weinen wahrscheinlich oder so. Also, weil das ist ja, also das hat mich dann ja letztendlich, das läuft ja generell jetzt ja schon länger und es ist noch lange kein Ende in Sicht, ne? Also, ich würde sagen, ja oder so läuft die Baby-Challenge bestimmt noch. Also es kommt halt drauf an, wie schnell jetzt halt die Kinder dann nach und nach immer kommen und wie schnell die dann älter werden und so und wie viel ich halt immer schaffe in jeder Folge. Aber, naja, so grundsätzlich, also ein Jahr dauert bestimmt noch, weil wir sind jetzt bei knapp der Hälfte. Ist auf jeden Fall hardcore, oder? Also, ich meine, ich freue mich auch, weil ich meine, das ist halt so dieses, worauf ich mich halt jede Woche freuen kann, weil es ist halt jede Woche einfach dann da, für mich, ähm, ja, zumindest, wenn ich es halt gut genug schaffe, halt das daran zu existieren und so. Genau, what I mean. Hoffe ich zumindest. Awww, Bibi. Er ist schon süß, ne? Also kann man nichts gegen sagen, hier. Ein süßer Kater. Ja, wir müssen durch arbeiten, das kriegen wir hin. und hier ein Dingsgewürz, was sie will ist. Ja, ich glaube, sie kriegt ihre Hausarbeiten vor der Arbeit nicht mehr hin, oder? 25 Prozent. Ne, sieht nicht so gut aus, aber es ist okay, denke ich, weil ich meine, wir können die ja immer noch weiter bearbeiten. Das ist ja nicht das Problem, wir haben ja noch das ganze Wochenende Zeit, dann können wir auch noch andere Dinge machen. Dominika, ich habe keine Zeit. So, wir müssen jetzt leider arbeiten gehen. Let's go to the city. Was ist das für ein Geräusch? Das Geräusch hatte ich letztens doch auch schon mal, aber was bedeutet das? Oder heißt das nur, dass irgendwie das, aber es war ja ein Baby-Challenge, wo das Geräusch kam und das hatte ich keine Tiere, aber ich wollte jetzt gerade sagen, dass es vielleicht wegen der Katze ist, weil die vielleicht eingeschlafen ist, aber sie ist ja nicht mehr eingeschlafen. Und wie gesagt, in der Baby-Challenge habe ich ja nicht mit meiner Katze oder halt allgemein Haustier, deswegen bin ich so verwirrt. Was ist dieses Geräusch? Was will es mir aussagen? Also, ich bin verwirrt, okay. Jetzt können wir mal schön eine Katze bestaunen, während wir halt warten, dass Elaine nach Hause kommt. Also, I mean, besser geht's doch nicht, oder? Vor allem, er sitzt stundenlang nur auf diesem einen Fleck und guckt so leicht links und noch links und freut sich so richtig. Was ist mit ihm? Er hat halt nichts zu tun in seinem Leben, ne? Aber ich denke mir so, er hat halt das, wo er spielen kann, dann kann er da ja auch drin kratzen. Anstatt dessen kratzt er wieder an seinem scheiß Sofa? Was soll das? Du hast einen Kratzbaum. Kann ich hier? Wenn du nach Hause kommst, kriegst du direkt Stress, Junge. Das sehe ich gar nicht ein, ey. Alter. Yikes. Oh Mann. Dieser Kater ist fies. Ich weiß auch gar nicht, was seine Traits sind, to be honest. Hm. Also, ich habe gar keinen Plan. Also, äh, Honeyball hat damals in ihrem Best-Player, Bürgermeister Schnur auch adoptiert gehabt. Also, ich kann mich nicht mehr erinnern. also, kann ja halt das mit den Liedern machen, so. Also, rätselig heißt das ja, glaube ich. Das ist er ja auf jeden Fall, weil sonst könnte man ja nicht nach Lied fragen. Ähm, ja, aber mehr weiß ich halt auch schon nicht mehr. Hm. Doof. Aber, ja. Wir, wir kriegen das schon noch raus hier. Oder auch nicht. Also, ich meine, die Traits sind jetzt auch nicht so wichtig, ne? Ich meine, das ist halt ein süßes Kätzchen. Und das ist das einzig Wichtige hier. Wie lange muss sie denn arbeiten? Hä? Moment, jetzt ist es schon nach 22 Uhr. Excuse me? Ich fühle mich attackiert. Ich würde dann gerne auch mehr Geld haben dafür. Wie wäre es? Aber kriegen wir eh nicht. Oh mein fucking Gott, Alter. Ich hasse euch so sehr, ne? Hat er es diesmal vielleicht verstanden, wenigstens? Ich glaube nicht. Aber können wir ihn jetzt auch belehren wegen den Theken, weil, das muss ja auch nicht sein. Okay, nein. Kann ihn nicht mehr bütten. Dann geht sie erst duschen und danach wird sie ja wohl hoffentlich wütend sein, damit wir die ja abkacken können. Boah, ich hasse Nachbarn. Bin ich froh, dass ich im echten Leben keine Nachbarn habe. Also, nicht wirklich. Danke. So, und um 0 Uhr darf man ja auch mal wütend antrommeln, anklopfen, weil, ganz im Ernst, nee, also um halb eins fast darf man auch mal wütend sein, wenn es halt laut ist, weil das muss halt absolut gar nicht sein. Also, ich meine, hier wohnen halt auch einfach andere Leute und das, ja. So, nur weil das ein Promi ist, hier hat das ja nicht zu heißen im Leben, ne? Der wird mich jetzt bestimmt wieder ankacken, aber ist mir egal. To be honest. Nein, es tut mir leid. Wow. Er hat's eingesehen. Das ist hardcore. Das ist auf jeden Fall nett von ihm. So. Good night, world. Mach Haia. Oh Mann, ey. Es soll schnell vorspulen. Mach Haia. Los jetzt. Kann ich ihm befehlen, Haia zu machen? Oh, das wär cool. Ich hab halt die Mod nicht installiert, wo man Tiere steuern kann, weil die, die ich damals benutzt hab, ich glaub, das ist mittlerweile ne andere, die ich damals benutzt habe, die, ähm, wurde irgendwann nicht mehr geupdatet und dann ist sie halt mit nem, äh, Patch kaputt gegangen und dann, ja. Wieso spürt ihr es nicht schnell vor? Hallo? I feel attacked. Oh Mann, oh. Dafür bringen wir die ganzen Part hier am Ende noch, nur damit, dass sie halt wieder pennt, weil das so lange dauert. I hate it. I hate it. So much. Ja, wir haben jetzt auch schon Herbst mittlerweile, ne? Wir werden im Herbst, äh, unseren Abschluss haben. Das ist auch krass. Pff. Ich freu mich so, dass wir das irgendwie auch beenden können, ne? Also, irgendwie ist das schon cool. I like it. Very much. Äh, ja, genau. Aber ich bin komisch, ich bin ein bisschen durch in meinem Leben. Es ist tatsächlich auch abends, wo ich das aufnehme, weil ich jetzt ein paar Tage frei hatte. Ähm, vor meinen Abschlussprüfungen und sowas. Ähm, ja. Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, ich komme in dieser Zeit nicht ganz so zurecht. Aber, ja, ich, äh, ja, ich bin noch komischer als sonst. Also, besser kannst du nicht laufen, oder? Oh Mann. Ich bin doof. Aber, ja, passiert, ich guess, passiert. Wir haben jetzt immer noch nichts zu essen, aber egal, darum müssen wir uns dann nächstes Mal kümmern. Ich lasse sie jetzt noch pieseln. Und das Essen entscheide ich dann nächstes Mal, was sie hier futterten soll, im Leben. Und, ähm, ja, oder obwohl, das machen wir jetzt noch, oder? Komm, wir gönnen jetzt. Ich mache sie Gemüse-Teigtaschen für vier Personen, weil dann hat sie ein bisschen Vorrat. So, kümmer dich drum. Und, ähm, ja. I'm Hippie, dass wir jetzt eine Katze haben. Und, irgendwie ging dieser Part voll schnell vorbei, obwohl nichts passiert ist. Die Katze stand gerade in dem Teig. Ähm, Sam. Auf jeden Fall. Und, ja. Hallo, kannst du das auch essen, ne? Nur so. Pff, dumm. So, kannst du der Katze vielleicht nebenher nochmal hier sagen, hey, das ist gar nicht so okay, so auf den Theken zu sein. So. Let's go. Hey, ich verstehe dich gar nicht. Huh, Sam, Bully. So, und während sie jetzt hier ist, beenden wir jetzt die Folge. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und Tschüss. Tschüss.